Musik Es war nicht gut, dass diese zwei Apostel hier in Streit geraten. Und trotzdem macht der liebe Gott noch das Beste daraus. Es gibt ab diesem Zeitpunkt zwei Missionsteams, die erfolgreich unterwegs sind. Wir werden uns heute ein paar Episoden aus dem Leben einer biblischen Figur ansehen. Ich will mit einem eher mysteriösen Text aus den Evangelien beginnen. Schlagt mit mir Markus Evangelium Kapitel 14 auf. Es ist so eine kleine Randnotiz. Es ist ein Sondergut, sagen die Theologen dazu. Das heißt, in den anderen Evangelien gibt es dazu keine Parallele. Markus Evangelium Kapitel 14. Und wir sind da in der Gefangenschaftsgeschichte. Jesus wird gefangen genommen. Ich habe da meine Elberfelder Übersetzung, aber ihr könnt ja in euren Bibeln dem Wortlaut auch gut folgen. Markus 14, Abvers 50. Und es verließen ihn alle, Jesus ist gemeint, und flohen. Und ein junger Mann, der einen Leinenhemd um den bloßen Leib geworfen hatte, folgte ihm. Und sie ergreifen ihn. Er aber ließ das Leinenhemd fahren und floh nackt. Ein junger Mann. Im Griechischen steht dort Jüngling. Wie alt war der? Naja, naja, wissen wir nicht so genau. Der Begriff ist ambivalent. 20 Jahre oder 30 Jahre oder vielleicht sogar 40 Jahre. Wir lesen hier, dieser junge Mann flieht nackt. Da bitte ich euch jetzt, eure Fantasie nicht so weit streifen zu lassen. Das heißt sicher nicht splitterfasernackt, sondern er hat sein Obergewand einfach hinter sich gelassen. Welche Jahreszeit ist das? Es ist die Passerzeit. Das ist unser Ostern. Ich war schon öfters in Israel genau zur Passerzeit, zu Ostern. Und ich muss sagen, da kann es auch ganz schön kalt sein. Einmal kann ich mir erinnern, sechs Grad nur Tageshöchstwerte. Und da hat man ein bisschen mehr an, als nur ein normales dünnes Kleid. Ich will euch heute ein bisschen in meine Predigt mit einbinden. Ich werde euch jetzt zwei Fragen stellen und ich bitte euch da ein bisschen mit abzustimmen, sodass ich da ein bisschen ein Stimmungsbild und ein Feedback von euch bekomme. Meine erste Frage lautet, wie schätzt ihr diesen jungen Mann ein? Erste Option, war dieser junge Mann mutig? Wer ist dafür, dass der mutig war? Manche zögern noch. Okay, ich sehe viele Hände. Jetzt spiele ich den Advocatus Diaboli. Ich weiß zwar nicht, ob ich das in einer Predigt machen darf, aber ich stelle die Frage anders. War dieser junge Mann leichtsinnig? Hat sich da unnötig in eine Gefahrensituation begeben? Wer von euch sagt, er war leichtsinnig? Okay, ich sehe da kaum eine Hand hochgehen. Wir haben schon gesagt, es ist die Gefangenschaftsgeschichte. Es ist natürlich mitten in der Nacht. Woher wusste der junge Mann eigentlich, wo Jesus ist? Mitten in der Nacht. Wusste er vielleicht vom letzten Abendmahl? War er vielleicht informiert über den Weggang dieser Jüngergruppe mit Jesus? Im Bibeltext steht bei mir in der Elberfelder Bibel, er folgte ihm. Für die griechischen Studenten, Akulotheo, folgen, nachfolgen. Aber da steht Syn Akulotheo. Das heißt, er folgte mit, gemeinsam mit irgendwem anderen. War er mit der Gruppe unterwegs? Wir wissen es nicht ganz genau. Faktum ist, die Evangelisten der Evangelien schreiben auch in ihren Evangelien etwas über sich. Wir kennen Matthäus, das ist der Zöllner. Jesus kommt vorbei, beruft ihn und nimmt ihn mit. Von Lukas wissen wir, in der Apostelgeschichte kommt er vor, als derjenige, der gelegentlich so eine Passage im Wir-Bericht schreibt. Das heißt, da ist Lukas mit dabei. Johannes, da wissen wir, das ist der Jünger, den Jesus besonders lieb hat, sagt er selber über sich. Ja, warum nicht auch dieser Markus? Dann wäre vielleicht, ich sage ganz laut und deutlich vielleicht, dann wäre vielleicht dieser junge Mann hier in dieser Geschichte Johannes Markus. Die Kommendatoren sind sich da unsicher, auch die Adventistischen. Ich persönlich sage, ja, das könnte eventuell tatsächlich der Fall sein. Beweisen kann ich das allerdings nicht. Und Ellen White sagt auch nichts dazu. Schauen wir uns also eine nächste Episode an. Und ich bitte euch mit mir zur Apostelgeschichte zu gehen. Apostelgeschichte 12, der Vers 12. Hier kommt Johannes Markus definitiv und sicher das erste Mal vor. Apostelgeschichte 12, Vers 12. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus. Hier wird eine neue Figur eingeführt. Lukas in der Apostelgeschichte macht das öfter so. Eine Randfigur erscheint ein erstes Mal, dann ist wieder eine längere Zeit stille und irgendwann wird diese Figur wichtiger, mehr oder weniger wichtig jedenfalls. Ein Beispiel, Saulus Paulus. Er kommt das erste Mal vor in der Geschichte von der Steinigung von Stephanus, so als Randfigur. Stephanus ist die Hauptfigur. Dann hören wir zwei Kapitel lang nichts mehr von ihm. Und dann kommt die Bekehrungsgeschichte. Das ist also ein Stilmittel, das Lukas in der Apostelgeschichte immer wieder verwendet. Das ist der Zusammenhang von Apostelgeschichte 12, Vers 12. Herodes, Agrippa, hatte Jakobus, einen von den zwölf Jüngern, hinrichten lassen. Jetzt ist Petrus im Gefängnis. Und dann kommt mitten in der Nacht der Engel, öffnet alle Türen und schlussendlich sind sie draußen bei diesem Gefängnis und Petrus steht ganz allein auf diesen einsamen Gassen Jerusalems. Wohin soll er gehen? Ja, logisch. Er geht in das Haus der Maria. Maria. Warum wird hier ein weiblicher Name genannt? Die Vermutung der Theologen ist, dass ihr Mann wahrscheinlich verstorben war, sonst wäre wahrscheinlich sein Name hier erwähnt worden. Petrus klopft an dieser Tür. Die Magd Rode ist so aufgeregt, dass sie vergisst aufzusperren und die Tür zu öffnen. Petrus kommt in das Haus der Maria. Manche spekulieren jetzt und überlegen, naja, das letzte Abendmahl könnte das vielleicht hier in diesem Haus der Maria stattgefunden haben. Aber auch das wissen wir nicht ganz genau. Sicher ist, Johannes Markus hat einen Doppelnamen. Das hat es damals öfters gegeben. Simon Petrus, Matthäus Levi, Johannes Markus. Johannes ist ein jüdischer Name. Markus ist ein römischer Name. Und wahrscheinlich hat Johannes Markus hier so eine doppelte Geschichte in seinem Leben erlebt. Markus war übrigens ein sehr häufiger Name. Andere Namen wie Gaius, Lucius, Titus und Markus, das waren die häufigsten Namen, die es damals bei den Römern gab. Und es war praktisch, jemandem einen Zweitnamen zu geben, um ihn von anderen Personen des gleichen Namens unterscheiden zu können. Johannes, jüdisch. Das ist wahrscheinlich über die Linie seiner Mutter passiert, weil die hat ja ein Haus in Jerusalem. Markus, das könnte ein Einfluss von seinem Vater gewesen sein, vielleicht ein heidnischer Einfluss. Und wenn man so einen doppelten Hintergrund hat, kann es als Kind passieren, dass man ein bisschen schizophren ist. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal so ein Ehepaar vor mir gehabt. Er, der Vater, war ein Adventist, ein guter Adventist und sie, die Mutter, war eine fromme Katholikin. Und die hatten drei Töchter. Und diesen drei Töchtern habe ich Religionsunterricht erteilt. Und so habe ich immer wieder beobachtet, wie hier die adventistische und auch die katholische Seite ein bisschen durchkommt. Da haben wir uns zum Beispiel die Abendmahlsgeschichte angesehen. Die drei Töchter haben die Geschichte gut gekannt. Das war von der Seite des Vaters her. Aber wenn es dann um das Verständnis ging, was passiert denn da beim Abendmahl? Dann habe ich gemerkt, das war so ein Sakramentsverständnis. Das kam von der katholischen Seite her. Lukas sagt uns jetzt nicht ausdrücklich, dass dieser Johannes Markus da wirklich anwesend ist, als Petrus an der Tür klopft. Aber ich vermute, das war so. Springen wir zum Vers 25. Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Der wirst auch so ein bisschen unvermittelt auf. Der gehört eigentlich nicht zur Geschichte vorher, sondern ist eigentlich die Einleitung für die Geschichte, die nachher dann folgen wird. Wie kommen Barnabas und Paulus auf die Idee, diesen jungen Johannes Markus mitzunehmen? Die Bibel sagt uns das nicht. Wie kommen die auf die Idee, genau diesen jungen Johannes Markus mit auf Missionsreise zu nehmen? Lesen wir gemeinsam ein Zitat von Ellen White. Und jetzt bitte ich die Technik, euch das hier auch einzublenden, damit ihr hier mitlesen könnt. Marias Haus in Jerusalem wurde ein Zufluchtsort für die Jünger. Dort waren sie stets willkommen und konnten Ruhe finden. Während einem dieser Besucher im Haus seiner Mutter bot Markus, Paulus und Barnabas an, sie auf ihrer Missionsreise zu begleiten. Er fühlte Gottes Gnade in seinem Herzen und sehnte sich danach, sein Leben völlig dem Dienst der Evangeliumsverkündigung zu widmen. Gottes Gnade, das ist dann noch ein Stichwort für später. Also interessant für mich, Markus bringt sich da selbst ins Spiel. Er schlägt sich selbst vor. Und jetzt habe ich wieder drei Fragen an euch. Ich bin gespannt, wie er sie beantwortet. Wie bewerten wir das? Meine erste Frage. War es gut, dass Markus sich das selbst vorschlägt? Wer ist dafür, dass es eine gute Idee war? Naja, ihr seid noch etwas zögerlich. Zweite Frage. War das arrogant von diesem jungen Mann? Wer sagt, das war arrogant? Er traut sich niemand, weil es ja eine positive Figur werden wird. Jetzt kommen wir zu uns. Ist es okay, wenn wir uns selbst für irgendein Gemeindeamt vorschlagen? Wer sagt, ja, das wäre okay? Okay, einige zeigen auf. Apostelgeschichte 13, Vers 5. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Die erste Missionsreise beginnt. Und jetzt kommt so ein ganz kleiner Nebensatz. Markus ist auch mit von der Partie. Da steht jetzt, er war Diener. Was soll denn das bedeuten? Im Griechischen ist das ein sehr schwieriges Wort, weil wenn wir im Deutschen Diener lesen, dann wissen wir nicht, was im Griechischen dort steht. Und da gibt es unterschiedliche griechische Wörter, die man mit Diener übersetzen könnte. Hier verwendet Lukas ein seltenes Wort, das nicht so oft im Neuen Testament vorkommt. Da steht Hyperetes. Welche Funktion hatte Johannes Markus auf dieser Missionsreise? War er der Kofferträger für die schon älteren Apostel? Oder war er ein Gehilfe? Ein Adjutant? Modern würden wir sagen ein Assistent. War er also mehr als nur ein Kofferträger? Das ist so meine Frage. Schauen wir kurz zum Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Dort in der Einleitung verrät uns Lukas ein bisschen, wie er zu seinem Evangelium gekommen ist. Und dort verwendet er dieses gleiche griechische Wort, wie auch in der Apostelgeschichte. Lukas Kapitel 1 und ich lese da gleich zu Beginn den Vers 2. Wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Lukas verrät uns da, wie er zu seinem Stoff gekommen ist. Er ist ja nicht einer von den zwölf Jüngern. Er kennt also die Geschichten, die er berichtet, gar nicht aus eigener Erfahrung. Woher nimmt er denn sein Evangelium? Das ist so die Frage. Woher kannte er die Geschichten? Ja, ganz einfach. Er hat die Augenzeugen und Diener des Wortes befragt. Im Griechischen klingt es so, als ob die Diener und die Augenzeugen ein und dieselbe Gruppe sind. Also nicht zwei unterschiedliche Gruppen. Und das waren natürlich Leute, die einen zuverlässlichen Bericht über die Ereignisse um Jesus liefern konnten. Das waren also total wichtige Zeugen in der alten Christengemeinde. Also kommen wir wieder zurück zu unserem Markus. Vielleicht war er tatsächlich nicht nur ein Kofferträger, sondern ein Zeuge. Vielleicht, so vermuten es viele Theologen, hat Markus sein Evangelium vor Lukas geschrieben. Und vielleicht hat Lukas für sein Evangelium schon das Evangelium von Markus gekannt und vielleicht mitverwendet. Ich weiß, das sind jetzt sehr viele vielleicht, aber trotzdem können wir uns das so vorstellen. Der junge Johannes Markus ist nicht nur Kofferträger, sondern Mitverkündiger. Ja, neben Paulus und Barnabas natürlich. Jetzt stellt euch einmal vor für uns heute, es kommt so ein junger Mensch zu euch und sagt, ich will in der Gemeinde mitarbeiten. Jetzt habe ich eine Frage an die Älteren unter uns. Wie würde da die Gemeinde reagieren? Wer ist für skeptisch? Okay, wir sind eine jugendliche Gemeinde. Die man ist skeptisch. Wer wäre hoch erfreut, wenn da ein junger Mann oder eine junge Frau kommt und sich anbietet und mitarbeiten will? Darf ich die Hände sehen? Ja, da sind viele Hände. Gut so. Jetzt eine Frage an die Jüngeren. Wenn Johannes Markus sich das selbst ins Spiel bringen durfte, dürfte das auch? Gehen wir wieder zurück zur Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 13, der Vers 13. Hier taucht Johannes Markus wieder auf. Apostelgeschichte 13, Vers 13. Als aber Paulus und seine Begleiter von Parphos abgefahren waren, kamen sie nach Berge in Pamphylien. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Das ist die erste Missionsreise. Wir wissen nicht ganz genau, wann die Stadt gefunden hat, so im Jahr 45, 46, 47 nach Christus. Wenn der junge Mann aus Markus Kapitel 14 wirklich der gleiche Johannes Markus wie hier in der Apostelgeschichte ist, dann sind rund 15 Jahre vergangen. Und dann fällt es uns natürlich ein bisschen schwerer, diese Treulosigkeit mit jugendlicher Unbeständigkeit zu entschuldigen. Wie bewerten wir jetzt diesen enttäuschenden Ruckzug von Johannes Markus? Ich gebe euch zwei Optionen. Ich sage schon vorher, wie die zwei Optionen lauten. Naja, war nicht so schlimm. Oder zweite Option. Das war ein gravierender Vertrauensbruch. Wie bewerten wir das, was Johannes Markus hier tut? Wer sagt, naja, war alles gar nicht, wirklich nicht so schlimm? Ich sehe da nur zwei, drei Hände. Habt ihr euch wirklich für die andere Option entschieden? Das war ein gravierender Vertrauensbruch. Wer ist dafür? Ja, ich sehe trotzdem nur ganz, ganz wenige Hände. Überlegt ihr noch, wie wir das bewerten sollen? Okay, Loyalität und Treue, das waren ganz wichtige Tugenden in der Antike. Die waren sehr geschätzt. Und jedem Leser der Apostelgeschichte war natürlich sofort klar, dass das, was Johannes Markus hier tut, tatsächlich nicht zu entschuldigen ist. Das war ein wirklich schlimmes Vergehen, die anderen da einfach so im Stich zu lassen. Ich möchte euch bitten, jetzt eine zweite Folie einzublenden. Und lesen wir dieses Zitat gemeinsam mit dieser Fragestellung. Wie bewertet Ellen White diesen Johannes Markus in dieser Situation? Das ist so unsere Frage. Hier geschah es, dass Markus sich von Angst und Entmutigung überwältigen ließ und seine Absicht, sich von ganzem Herzen dem Auftrag des Herrn zu widmen, eine Zeit lang ins Wanken geriet. Er war Schwierigkeiten nicht gewohnt und verzagte angesichts der Gefahren und Entbehrungen auf dem Weg. Unter günstigeren Umständen hatte er erfolgreich gearbeitet. Als die Apostel weiter vorangingen und noch größere Schwierigkeiten zu befürchten waren, ließ sich Markus einschüchtern und verlor gänzlich den Mut. Er weigerte sich weiter zu gehen und kehrte nach Jerusalem zurück. Er weigerte sich weiter zu gehen. Schon eine interessante Formulierung. Ich war noch sehr jung, keine 18. Da haben zwei Freunde und ich beschlossen, wir fahren mit dem Fahrrad von Wien ins Burgenland. Das waren so rund 100 Kilometer. Wir sind also zu dritt aufgebrochen. Es war Freitagnachmittag. Wir haben das ein bisschen falsch eingeschätzt. Es war anstrengender als gedacht. Die Zeit ist schneller vergangen, als wir uns das so in unserer Planung vorgestellt haben. Und irgendwann, wir waren noch nicht am Ziel, war ich dermaßen K.O., dass ich auf so einer kleinen Landstraße von meinem Fahrrad abgestiegen bin und mich einfach da in die Wiese am Straßenrand gesetzt habe. Ich konnte einfach nicht mehr weiter. Wären meine zwei Freunde nicht da gewesen und hätten mich ermutigt und auch ein bisschen angetrieben, Wer weiß, ob ich nicht dort länger sitzen geblieben wäre. Aber zum Glück hatte ich meine zwei Freunde. Gehren wir zurück zu Johannes Markus. Wir haben dieses Zitat gerade gesehen. Meine Frage ist jetzt, wie bewertet Ellenwald diesen jungen Mann in dieser Geschichte? Wer ist dafür, dass sie das eher streng bewertet, was er hier macht? Wer meint, dass sie hier sehr mild in ihrer Bewertung ist? Die meisten. Ja, warum erzählt denn Lukas diese Geschichte überhaupt? Das ist ja nur so eine kleine Randbemerkung. Naja, weil er natürlich weiß, wie es mit diesem Johannes Markus weitergehen wird und dass es ein paar Jahre später eine heiße Diskussion um diesen jungen Mann geben wird. Eine intensive Diskussion. Gehen wir zu Kapitel 15. Apostelgeschichte 15. Und lesen wir da die Verses 37 bis 40. Kapitel 15, Abvers 37. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung. Bei mir in der Elberfelder steht eine Erbitterung, sodass er sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Die Lutherbibel sagt, sie kamen scharf aneinander oder Schlachter. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung. Auf gut österreichisch, da sind die Fetzen geflogen. Ja, warum? Weil sie sich in der Bewertung dieses jungen Mannes, Johannes Markus, nicht einig waren. Und jetzt stelle ich euch wieder die Frage. Wer kann nachvollziehen, dass Paulus hier eher streng mit Johannes Markus ins Gericht geht? Wer kann das nachvollziehen? Okay, ich sehe etliche Hände. Wer kann nachvollziehen, dass Barnabas da eher milde ist in der Bewertung? Okay, das dürften ein paar mehr sein. Also, um ehrlich zu sein, ich kann die Argumentation von beiden gut verstehen. Ich kann beide Seiten gut nachvollziehen. Noch dazu, Barnabas war mit diesem Johannes Markus ja auch verwandt. In der Bibel, im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 10, wird ein Begriff verwendet, der im Griechischen nicht ganz so klar ist. Waren sie Cousins oder war Markus vielleicht doch eher der Onkel? Bei uns in den deutschen Bibeln steht dort im Kolosser-Text, sie waren Vetter. Ah, das ist ein altmodisches Wort, das versteht erst recht wieder keiner. Also weder das Deutsche noch das Griechische helfen uns da wirklich. Wer war dieser Barnabas? Ich habe mir das hier zusammengeschrieben. Apostelgeschichte 4, Vers 36 steht, er war ein Sohn des Trostes. Und das zeigt so ein bisschen die Persönlichkeit dieses Mannes. Sohn des Trostes. Später bringt er Paulus in den Kreis der Jünger. Er hilft ihm da also Fuß zu fassen, Kapitel 9. Später holt er ihn aus Darsus in die Stadt Antiochia. In Kapitel 13 steht, Barnabas war einer der Führer dieser Gemeinde Antiochia. Antiochia ist eine ganz wichtige Stadt in der Apostelgeschichte. Alle Missionsreisen von Paulus haben ihren Ursprung in Antiochia. Und dann beim Apostelkonzil meldet er sich auch zu Wort. Und er sagt, die Leute aus dem Heidentum können direkt in die Christengemeinde kommen. Es braucht nicht diesen Umweg über die Beschneidung und das Judentum. Ich schätze Barnabas so ein. Er war jemand, der einfühlsam ist, der verbindet ist, der ganz sicher nicht streiten möchte. Jetzt habe ich eine Frage, wo ihr ohne Aufzeigen für euch selbst überlegen müsst. Bist du eher streng, so wie Paulus? Oder bist du eher mild, wie Barnabas? Beides, strenge und auch milde, waren in der Antike sehr geschätzte Werte. Und wir als Leser, wir kommen, wenn wir diese Geschichte hier in Apostelgeschichte 15 lesen, irgendwo in so ein kleines Dilemma hinein. Wir als Leser müssen uns ja entscheiden, sind wir jetzt auf der Seite von Barnabas oder sind wir eher auf der Seite von Paulus? Und Lukas macht uns das wirklich nicht leicht. Er macht uns unsere Entscheidung definitiv nicht leicht. Wer liegt denn jetzt hier richtig? Paulus? Oder doch Barnabas? Ich möchte die Technik bitten, noch ein drittes Zitat einzublenden. Diese Fahnenflucht veranlasste Paulus, den jungen Markus eine Zeit lang nachteilig, ja streng zu beurteilen. Barnabas dagegen neigte dazu, das Verhalten aufgrund dessen Unerfahrenheit zu entschuldigen. Er war um Markus besorgt und wollte nicht, dass dieser den Missionsdienst aufgab, denn er sah in ihm Fähigkeiten, die ihn geeignet machen würden, ein nützlicher Diener Christi zu werden. Seine Sorge um Markus wurde in späteren Jahren reichlich belohnt, denn der junge Mann übergab sich rückhaltlos dem Herrn und verkündigte das Evangelium in schwierigen Wirkungsfeldern. Unter dem Segen Gottes und unter der weisen Anleitung von Barnabas entwickelte er sich zu einem wertvollen Mitarbeiter. Ich schätze die Situation hier in Apostelgeschichte 15 so ein. Es war nicht gut, dass diese zwei Apostel hier in Streit geraten und trotzdem macht der liebe Gott noch das Beste daraus. Es gibt ab diesem Zeitpunkt zwei Missionsteams, die erfolgreich unterwegs sind. Stellen wir uns noch eine Frage. Wie oft sollten wir jemandem sein Versagen verzeihen? Wie viele Chancen braucht es? Eine? Zwei? Sieben ist eine gute Zahl. Oder noch mehr? Oder konkreter gefragt. Wie viele Fehler dürfen denn Jugendliche in ihrer Mitarbeit in der Gemeinde machen? Keinen? Einen? Zwei? Sieben? Ja, dieser Johannes Markus hat noch eine sehr, sehr positive Entwicklung gemacht. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 10 über sich selbst. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und ich denke, dieser Satz, der passt perfekt auch auf diesen Johannes Markus. Aus Gottes Gnade wurde er ein wirklich wertvoller Mitarbeiter in der Mission. Nicht nur Barnabas hat sich um ihn gekümmert, auch Petrus hat sich offensichtlich sehr um ihn bemüht. In 1. Petrus 5, Vers 13 nennt Petrus ihn liebevoll meinen Sohn. Johannes Markus ist der geistliche Ziehsohn von Petrus. Wir haben also zwei Figuren, Barnabas und Petrus. Beide haben hier einen wichtigen Anteil. Und schließlich wird dieser Markus zum Schreiber eines Evangeliums. Er wird inspirierter Schreiber eines Bibelbuches. Schon erstaunlich. Kommen wir noch einmal ganz kurz zu Paulus. Schlagt mit mir den zweiten Timotheusbrief auf. Da wird Johannes Markus noch einmal erwähnt. 2. Timotheus 4, Vers 11. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn zu mir. Denn er ist mir nützlich zum Dienst. Es vergehen also noch einmal ein paar Jahre und jetzt passiert das Erstaunliche. Paulus ändert seine Meinung. Markus ist nicht mehr der feige Versager in der Missionsarbeit. Nein, Paulus sagt, er ist mir nützlich. Und das ist ein großes Lob. Das nenne ich wahre Größe. Wenn jemand in seiner Bewertung einen neuen Standpunkt einnehmen kann. Paulus überwindet die kognitive Trägheit. Paulus kann umdenkbar. Ich zitiere da meinen lieben Freund und Kollegen Martin Pröpsle in seiner Predigt vom Juni. Paulus kann umdenkbar. Wie ist denn das bei uns? Wir neigen doch dazu, an unserer Meinung festzuhalten. Also ich möchte euch jetzt nichts unterstellen. Ich sage es in der Ich-Form. Also ich neige irgendwo schon dazu, an meiner Meinung, die ich habe, irgendwie auch festzuhalten. Wir tun uns doch, wenn wir ehrlich sind, alle ein bisschen schwer, auch unsere Meinung zu ändern. Paulus schafft das und das können wir von ihm lernen. Ich komme jetzt zum Schluss meiner Predigt. Ich möchte euch bitten, denkt doch über die eine oder andere Frage noch weiter nach, die ich heute gestellt habe. Nicht alle Fragen haben wir beantwortet und manche Fragen, die habe ich euch ja persönlich ans Herz gelegt, damit ihr persönlich und privat darüber nachdenkt. Aber zwei Fragen, die habe ich noch so zum Schluss meiner Predigt. Eine erste Frage an die etwas Älteren unter uns. Für welchen jungen Menschen möchtest du Mentor werden? So wie Petrus und speziell Barnabas. Für welchen jungen Menschen möchtest du Mentor werden? Jetzt habe ich noch eine zweite Frage für die Jüngeren unter uns. In welchem Bereich würdest du gerne mitarbeiten? Und dich vielleicht sogar selbst vorschlagen. Ich wünsche euch Gottes Segen beim Nachdenken über diese Fragen. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020